die in die Hand haben, in der Handtrage. Auch noch ein bisschen... Soll wir das hier noch ein bisschen größer machen, den Abstieg? Ja, hier ist nix. Ich baue das mal. Ja, ein Breiter machen, würde ich sagen. Es ist wirklich sinnvoll, wenn wir eine Höhle bauen, dass da Übersicht herrscht, weil du kommst da einfach nicht drauf klar, ey. Weil das einfach alles zu unübersichtlich ist, wenn du da tausend Ecken und Kanten hast und das nicht richtig ausbaust. Und wenn man schon zu dritt ist, weißt du, so ein Together Let's Play macht, dann kann man das auch. Ja, dann ist es nicht ganz so krass von der Zeit. Nee, weil wenn du das alleine machst, dann ist das natürlich aufwendig. Geht doch ne Fakten. Das sieht doch viel besser aus, zum Beispiel, jetzt zu Lark hin. Und zu Lark bauen wir dann nachher nochmal weiter. Also ich hab jetzt erstmal den Weg hier... Ich hab hier hinten, ist eh nix mehr. Hier ist leer. Ja, kann man immer noch in die Wände reingaben und was gucken, auf jeden Fall. Hier müssen wir gleich auch nochmal ausbauen, dann vernünftig. Jo, hier einfach geradeaus, bitte. Komm mal zu dir, wo bist du oben? Hä, wo bist du denn hingegangen? Den Weg weiter, wo du gerade standst. Ah, warte mal, mein Arm ist eigentlich schlafen. Am Eingang sind es so ein paar Sachen, so. So, wo bist du jetzt hier? Da oben rum, ein paar Mops, egal, auf jeden Fall. Machen wir gleich. Jetzt da oben will ich gar nicht weiter. Ja, wo seid ihr denn? Da ist auf jeden Fall ein Aufstieg via Treppe, beziehungsweise via Ding. Äh, Leiter. Leiter? Hm, da ist ne Leiter. Mit ner Crafting-Table. Wer hätte da hingekommen? Hier unten ist ja auch noch was. Ja, aber das ist von hier. Da, Lama. Von wer? Was ist denn da? Na, ne Leiter. Du gehst ja von da unten rum, okay. Ja, deswegen... Oha, da ist ein Mob. Mhm. Wie gesagt, da oben sind viele Mobs am Eingang. Da, hier kommt der nächste. Wow, Creeper, Creeper, Creeper. Mist. Sag dir mal... Wenn man hier nämlich hoch geht, zum Eingang. Lass mal hochgehen. Was für ein Eingang überhaupt? Der Eingang, denke ich mal. Hä? Was ist denn zur Hölle für ein Eingang? Wo ist es? Wo ist der jetzt wieder überhaupt wieder? BTF? Was ist das für ein Eingang? Geh mal hoch. Ach, das können wir zumachen. Das war mal ne ganz alte Höhle. Das kann zu. Den Crafting-Table können wir mitnehmen. Und die Treppen hier... Wettel hier oben. Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, in welchem Part ich das gebaut habe. Auf jeden Fall kamen von hier die Mobs. Ja, lass mal hier die Dings nehmen. Die Fackeln noch mitnehmen. Und dann machen wir hier erstmal zu. Ich baue von hier oben soweit dicht. Boah, einfach mal dicht den Käse. Und dann hier unten auch, da unten. Die Ecke. Hallo Zombie. Wir müssen uns echt für eine Richtung entscheiden, die wir gehen wollen, weißt du? Weil wir hier sind... Boah, woah, 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 woah. Was ist los? Ich hab... Ähm, 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 ähm. Boah, Creeper, genau vor dir. Ähm. Warte. Kann ich... Warum kann ich den nicht hauen? Warum kann ich den nicht schlagen? Der war auch von bei mir, der Creeper. Boah, 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 pass auf, pass auf. Boah. Pischer. Ah, schön. Okay, gleich circa, wo ihr seid. Guck mal, jetzt können wir das hier... Jetzt können wir eigentlich so machen. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Hier. Das erstmal wegmachen, die Ecke. Dann haben wir nämlich schon mal wieder einen Hüllen... Die... Diese Kurve hier weg. Und dann können wir hier nämlich die Ecke zumachen, wo wir sowieso nicht längs gehen. Ich hab da hinten auch wieder den Abschlucht gefunden. Den Abschlucht? Die Abschlucht. Die Schlucht ab. Der Gerät. Den Schlucht ab. Warum sprichst du eigentlich immer runter und tust dir immer selber weh? Das war gerade ein Zombie. Die Türken sind halt Zombies. Dahinter sind die auch Zombies. Ist ja egal, die können ja sowieso noch... Warte, lass mal hier noch nicht weiter gehen. Lass uns erstmal die Höhle hier gerade ausbauen. Hier sind wir eh schon weitergegangen. Da geht es dann zur Schlucht. Das war nämlich so, dass ich dir eigentlich zeigen wollte. Ja, ja, das machen wir nämlich... Da machen wir... Wie heißt das? Machen wir gleich nochmal Schild dahin. Dann steht oben der... Erstmal der Eingang zur Höhle. Und dann hier geht es zur Schlucht und so. Dass man dann erstmal... Was ich halt machen würde, wäre vielleicht... Warte, ich weiß jetzt nicht, ob das so aussieht. Und dann hier ein Schild dran. Dass man quasi so eine Säule hat. Ja, können wir machen. Auf jeden Fall. Aber lass uns erstmal hier... Auf die Säule drauf heißt, wie ich meine. Ohne Schilder. Gut. Ja, einfach auf... Ja, so wie im Ding. Es ist Steinzeit, ne? Ah ja, mit Höhlenmalerei. Ja. Mit Edding. Mit Edding, aber 500er. Richtig dick hier... Latsch durch die Käse. Guck mal, dann mach ich jetzt nämlich mal das hier. So. Und baue mal den Käse hier zu. Also wir haben hier auch wieder ganz viel Kobbel bekommen. Ja, ja, dann koppelt es unten nicht mehr besser. Dann hat das hat man. Ich baue erstmal hier unten zu. Auf jeden Fall mal Gold und so direkt in die Truhe, bevor ihr sterbt. Dann boxe ich das mal weg hier. So, jetzt haben wir hier wenigstens erstmal einen vernünftigen Lüge. Das ist das Wichtigste des A und O, dass die Höhle für uns durchsichtig ist. So mäßig, weißt du, was, ihr wisst, was ich damit meine, ne? Einsichtig. Ja, einsichtig, genau. Dass man wirklich weiß, ah, okay, da ist der Weg nach Hause und da geht das längs und hier geht das längs. Weil sonst können wir das hier knicken. Dann werden wir nur drauf gehen. Ich habe hier noch einen weiteren Abschnitt gefunden, der Höhle. Ja, ja, nicht weiter gehen. Lass uns doch erstmal hier ausbauen. Entspann dich doch mal. Ah, ich habe Kohle gefunden. Ja, der kann nicht entspannen. Der hat das nie gekauft. Bei Aldi. Dabei gab es das letzte noch für 1,50 im Sonderangebot. Ja, die sind ein wenig Schuhe-Tee da. Für Entspannung. Hier gibt es noch wieder Koh. Oliver gibt es hier. Oder Olaf, ne? Irgendwie so, halt auf den Dreh. Olaf! Manchmal hat das mit Olaf gar kein Ende hier, finde ich. Gut. Es sind auch manchmal bis zu 20, glaube ich, ne? Die größte... Bei Diamanten waren es 8. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja, aber nicht immer. Manchmal sind es auch nur 4 Diamanten. Manchmal auch mal einer. Aber das meiste ist halt 8, ne? Jo, ist halt das größte, was du kriegen kannst. Boah, hier geht es noch weiter mit... Äh, mit Kohle, nicht mit Diamanten. Diamanten wäre geil. Diamanten findest du oftmals auch in der Nähe von Kohle. Ist ja nur realistisch, wenn man es mal so betrachtet. Ja. Machen es ja auch Bergarbeiter. Einfach so Blöcke abschlagen. Das ist halt voll realistisch. Ähm, oh Gott, wie sieht das hier aus? War angekommen... Oh, mein Auge... Mein rechtes läuft schon wieder. Boah, aber richtig. Voll am Rumsiffen, dein Auge. Wird es denn hier mal cutten, oder? Nee, es ist gestern einfach angeschwollen. Über Nacht. Keine Ahnung, wieso. Konnte die ganze Nacht ja nicht schlafen. Binderhautentzündung. Und jetzt läuft das aber richtig so. Ah, Mann, da läuft voll am Wasser raus, Alter. Binderhautentzündung. Würde ich vielleicht mal mit zum Arzt gehen. Ach, Quatsch. Muss keine Binderhautentzündung sein. Da kann man sich auch einfach nur verkühlt haben, weil ich schlaf eigentlich immer nachts mit Fenster offen. Das ist egal, wie kalt das ist. Ich muss sowieso am zweiten, also am übermorgen, sowieso zum Arzt, von daher. Oh, wie schön ich hier vorbaue. Hier hilft mir keine Sorge. Ich habe gerade Kohle abgebaut. Ich bin hier selber gerade bei, alles so richtig schön. Ich habe in Sam 2 Stacks schon abgebaut. Demetrische zu machen. Na, ich mache hier alles jetzt. Ich verbreite gerade den Gang hier vorne nur noch mal. Ja, me too. Guck dir mal an, wie breit das hier geworden ist. Ja, guck mal, das sieht doch viel, viel besser aus, so. Wenn das alles schick ausgebaut ist. So kommt man auch echt klar. Und dann hauen wir eben einen Teil zu. Oh, ich habe mal Gold gefunden. Muss ich mit dem Eisen abbauen, ne? Ja. Und ich habe hier Lava gefunden. Und Sinan geht einfach mal wieder vor, ohne dass er... Ja, das blöde ist, wenn du dann stirbst, Sinan, ist natürlich auch wieder scheiße, ne? Hä, ich habe keine Eisen. Wo ist denn meine Eisen-Pick-Ext? Jetzt Sinan wahrscheinlich. Du bist die ganze Zeit am Suchen. Äh, naja, du bist jetzt voll am Suchen. Lauf in Richtung Eingang. Deswegen bist du auch da hinten voll in der Höhle und holst dir da Kohle. Du bist jetzt voll am Suchen. Vielleicht denkt er, wir wären Olaf. Ja. Oder Eugen. Ja, genau. Er denkt, wir sind Olaf und Eugen. Oh, ich schon wieder Gold. Okay, ja, und jetzt Richtung Eingang. So, dann kann man das hier später ausbauen. Und da gerade, wo die, ähm, Flucht war. Dann kann man euch den Eingang. Seid ihr gerade auch so runtergegangen? Ah, da, ich habe euch. Würde ich schon hier Begrüßungs-Axt geben. Jetzt. Jetzt einfach zu sehr aus den, äh, non-damage-Servern. Damage-Servern. Ich habe euch gefunden. Ja, das habe ich ja dann noch offen gelassen. Macht das wieder zu mit Kabel, ne? Ja. Ey. Oh, der Stealer. Was denn? Was für Stealer hier? Ist doch scheißegal. Das gehört sowieso alles von uns. Ob er das jetzt nimmt oder nicht. Wenn du hingegangen, hat dir hier... ...Kabel hingehauen. Achso. Du musst es nicht machen, brauchst. Boah, die Höhle ist aber jetzt echt riesig. Sammeln für Platz. Jo, kann man auch noch vielleicht was anderes draus machen, außer vielleicht eine Höhle. Unkopf. Mal schauen. Ja. Creeper-Bunker. Creeper-Invasions-Bunker. Na, dafür bräuchst du es auf die Lier. Dörd kann man da lassen. Habe ich schon eine Treppe gebaut. Bauen wir das gleich... ...weiter aus. Boah, guckt euch das mal an hier. Wie groß das alles ist. Aber... ...guck mal, jetzt weiß ich zum Beispiel den Weg zurück. Von hier aus findet man den halt auch instant wieder. Ja, weil das ist ja auch mit der Treppe dann immer hoch und so. Das ist... ...alles halt einfacher. Sinan? Ja, das darf Sinan machen, der sowieso immer noch rumgerannt ist. Ja, komm wir. Und das Werkzeug natürlich... Äh, das Werkzeug, lass das mal hier reinpacken. Hier drüben. Also die Schaufeln und das, mit was wir alles arbeiten und die Schwerter. Ich hab mal jetzt in die obere Reihe gepackt mit... Äh, wartet mal kurz, bevor ihr reinpackt. So, die obere Reihe gehört mir und die untere. Da pack ich dann meine Schilder rein und jemand packt in die Mitte was und der andere packt unten. Ja, ich pack nach ganz unten. Ähm... Boah, ist das hier groß ausgebaut, krass. Krasser Scheiß, ja. Sieht auf jeden Fall nice aus. Na, wir müssen aber dann irgendwann auch nochmal... ...dabei Dings weiter machen, das Haus. Na ja, ist jetzt halt. Ja. Natürlich, ich brauche genau eine Reihe. Aber sollen wir das Essenstürme nach oben nehmen? Nö, nö. Wir machen hier weiter nachher doch, oder nicht? Da wird ja noch weiter gemacht. So. Kann ja erstmal alles sein. So bleibt mal hier so ein bisschen in meine Richtung stehen. Denn wir beenden den Part hier. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr dürft euch sagen. Wiedersehen. Jo, man sieht sich. Tschüss. Tschüss.